Herzlich Willkommen in Frankfurt in Thüringen. Wir fahren immer noch hoch, viel kühl und toll. Es ist leider immer noch nacht, wir haben immer noch Parkfliegen. Aber es sollte bald hell sein. Die Mission auf 11 geht nicht fällig zu machen. Beziehungsweise ist eigentlich kürtig, aber er kennt das nicht an. Er hätte gerne den Wunsch, dass ich normal aussehe. Dem gefallen viele nicht. Dann müsst ihr es einspielen um das entsprechende Zeit zu schaffen. Damit es als Mission fertig dargestellt werden kann. Da es zu Recht ist, es darf kein Wachstum beginnen. Und wenn es als Prinzip faktisch rot geschamnt da sein, dann kann man sagen, es ist fertig. Das, was gewachsen ist, zählt aus nicht geschafft. Somit ist das als, können wir als Fehlgeschlagen ansehen. Wir werden auch nicht abschließen. In der Hoffnung, dass da noch so ein System auf sich verrührt. Jetzt können wir wieder auf der Malung zu stehen, auch so. Ich will mal ganz kurz gucken, was unser Feld macht. Ob das gewachsen ist. Ich glaube nicht. Das macht nichts. Aber ich glaube nicht, wir werden ja schießen, ob da eine Reaktion zu sehen ist. Das heißt, ob das Gras und Funke wird. Verkratet. Im Feld kann man ja so wenig erkennen, weil es ja mitten im Wachstum ist. Aus. Ja. Der will noch mehr haben. Aber ich hab noch nicht mehr. Ah, ich fahre mal Strom. Ich fahre mal Strom rein. Im zweiten Stall. Die sind normal genug. Das sieht gut aus. Auch Nu 갈. Ge admissionen rum auf war. Heißt das Blut? Weil das Firm ist egal jetzt rechts, also ich glaube die 10 Kilo wird, aber das Firm ist egal die rechte. Da können wir nicht hin und da hinten fahren. Wenn wir draußen hier wollen, kommen die 5 Kilo steuern. Da kommt die 5 Kilo hin und da kommt die 5 Kilo hin. mal nach vorne probieren wenn man Stroh brauchen, dann sehen wir nach vorne aber ja das ich schon gerne vorgegeben ach da haben wir es gut die brauchen nicht so viel zu sehen ist nix die lage haben genug schon wieder was rein wird aber mittlerweile haben wir schon ein bisschen richtig geplant weiter weiter viel wachsen gut jetzt bin ich arbeitende Frau die müssen wir erst mal rausfahren noch mal drauf ich könnte auch in der Nacht befassen würde so ansicht nicht können ja dann geht noch mal rein das können wir aber noch schön später Stroh einlagern erst noch ein paar Dreschen und dann werden wir entsprechend auch mit dem großen Spatter erst mal einen abbringen dann werden wir noch mehr lose einlagern bis ein Lager voll ist und da wird entsprechend Rest im Wagen gemacht ich dachte, da kann man noch so nackern Stroh müsste eigentlich noch für zwei Tage heißen vielleicht später coolen, dann haben wir nachher frühen Sommer, dann hoffentlich noch eine Ernteball da ist das ist alles wenn wir die Ernte sprechen hier und der Opa endlich voll ist Einen Ballen haben wir noch. So ohne Ende. Für die Flüge. Aber eine Vilo geht nicht mal. Oh Well then noch folgt das mit dem wetter hier, regen, regen, regen eine kriege, die darf nicht sein kommt mal aus die Lage gleich mal wieder rein kippen hier entsprechend an unseren Sporen kommen gut 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 Und jetzt kommt der Koppel, der sich auf die Koppel auf der Koppelkoppelkommissionen. Und jetzt kommt der Koppelkoppelkommissionen. Leid 2 nehmen, ne? Oh, geht nicht ab! Ja, später Führing, ne? Ja, ich habe einen großen Schein. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Oh, das ist ja. Jetzt gucken wir erst den Altebald hin und dann den Strohbald noch. Ich glaube, dass der so stabil ist, nicht unkippt. Oh, das ist ja. Liste. Oh, das ist ja noch. Kommt nicht hinterher, wenn sie leise. Dann ja. So, nicht schlimm. In die andere Richtung. Was ist los? Aus. Nicht an. Macht nichts. Jetzt fahren wir zurück. Den Rest in den Kupfer ein. So, dann kommen wieder alle. Aber ich dachte, ich habe es vorbereitet länger. Nach zwei Tage ungefähr kann man noch einplanen. Aber nicht ganz, weil es voll ist. Und dann müssen wir halt den eigenen Stoff nehmen. Hoffe ich jedenfalls. Hoffe ich. Was ich habe oder weiß ich nicht. Egal, Hauptsache. Das hat er auch in vorne auf. So, dann gleich den Mist aufsammeln. Beziehungsweise. Beziehungsweise. Die Herkappen so. Fliegen lassen, ne. Mit dem Saum. Die Herkappen. 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 Kühle machen viel Arbeit. Haben wir was gefunden? Gibt es doch gar nicht. So, schauen wir mal. Das finde ich unser Fahrzeug gar nicht. Er zeigt die Fahrzeuge gar nicht an. Ah, Mann. Das ist ja ungünstig. Was die aktiviert? Hab ich nicht. Alles aktiviert. Hm. Das wollte ich hin. Doch da. Wachstum. Wachstum ist gut. Das sehe ich auch. So. Perfect. Hier wollen wir mal schauen, ob wir das entsprechen. Und das ist ja auch schon. Ja, können wir das machen lassen. Ja, können wir es machen lassen. Dann können wir es machen. Ja, können wir es machen lassen. so nicht schon das soll es folgen dank fürs reinschauen vielleicht